So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine neue Infofolge. Und zwar, der Leak hat gestimmt, es wurde ja schon geleakt, dass wohl der Raid Day, der im November stattfinden soll, mit Mega Knackrack ist. Jetzt ist es offiziell, Mega Knackrack gibt ein erschütterndes Pokémon GO-Debüt. Knackrack ist ja sowieso schon ein richtig geniales, heftiges Pokémon, ob als Drachenangreifer oder als Bodenangreifer, zumeist dann aber auch als Bodenangreifer genutzt, eben durch seine CDR-Tacke auch. In der GBL macht er einen guten Eindruck, als Raid-Konder macht er einen guten Eindruck. Jetzt als Mega-Pokémon wird er sicherlich nochmal richtig genial. Raid Day, was heißt Raid Day? Raid Day gab es damals mit den Kando-Vögeln zuerst, dass an jeder Arena drei Stunden lang ein Raid war. Später, also ihr konntet drei Stunden lang von Arena zu Arena zu Arena zu Arena weil an jeder Arena war eben ein Raid und ihr konntet halt eine fette Raid-Tour machen. Bei Lavados haben wir damals, glaube ich, 28 Raids gemacht. In den drei Stunden mussten wir von Ort zu Ort fahren, weil die Orte nicht so viele Arenen hatten. Später wurde das Konzept umstrukturiert, sodass die Raids aufgehen und nicht drei Stunden an der Arena waren, sondern eine Stunde und nach einer Stunde ist nochmal ein Raid erschienen an derselben Arena. Wieder für eine Stunde, sodass in der dritten Stunde wieder ein Raid erschienen ist. Also Leute, die nur eine Arena haben, hätten mit dem alten Konzept ja auch nur einen Raid machen können, weil der drei Stunden da dran ist. Mit dem neuen Konzept hätten sie an derselben Arena drei Raids machen können, nämlich jede Stunde ein. Nein, das ist eigentlich ganz cool. So kann man nämlich, wenn man in der Stadt ist und eine große Runde gefahren ist und die Stunde um ist, dieselbe Runde wieder fahren und muss nicht 50 Kilometer schnell noch woanders hinfahren. So, ansonsten, Raid-Days haben ja immer auch Gratis-Pacer dabei, aber was alles hier steht, wollen wir euch kurz mal sagen und zwar der Raid-Tag mit Mega-Knack-Krack am, das mal kurz hier wegdrücken, am Samstag, den 11. November 23, von 14 bis 17 Uhr, das müsste der Nächste, was ist heute überhaupt, heute ist Freitag, 7, 8, 9, hä? Ne, doch, ach, ich habe keine Ahnung. Am 11. November auf jeden Fall findet der Raid-Day mit Mega-Knack-Krack statt. Mega-Knack-Krack erscheint zum ersten Mal in Mega-Raids, kann natürlich auch Shiny sein, jeder Mega-Raid-Boss, der bisher eingeführt wurde, konnte beim Fang Shiny sein. Es gibt diverse Event-Bohne hier, am Samstag von 0 bis 23.59 Uhr wird das Fan-Rate-Limit auf 10 erhöht. Wer es noch nicht mitbekommen hat, man kann ja momentan nur 5 Fan-Rates pro Tag machen. Die Fan-Rate-Pässe wurden auf 5 reduziert, die Fan-Rate-Pass-Preise wurden auf jeden Fall aufs Doppelte erhöht. Das Limit wurde auf 5 reduziert und ihr werdet immer wieder eingeschränkt, aber zu besonderen Anlässen ist das ja erhöht. Das heißt jetzt zum Raid-Day könnt ihr 10 Fan-Rates machen statt 5. Die Chance auf ein schillerndes Knack-Krack aus Mega-Rates ist erhöht und ihr erhaltet bis zu 5 kostenlose Pässe zusätzlich, steht hier. Wenn ihr während des Events die Fotoscheiben von Arenen dreht, das heißt ihr habt ja eigentlich einen kostenlosen Pass, ihr erhaltet an dem Tag aber 5 zusätzliche, wären also 6 freie Pässe an dem Tag. Wenn ihr an dem Tag vorher euren Pass noch nicht gemacht habt, müssten es dann sogar 7 sein, weil ihr ja den Vortagespass mitnehmen könnt, den den nächsten Tag um 2 zu machen. Wenn ihr 5 zusätzliche kriegt, 5 plus 2 ist 7. Müsste so passen, außer es ist wieder ein Übersetzungsfehler und irgendwas passt wieder nicht und hin und her. Wenn das nicht schon reichen würde, kippt es von der Yendik trotzdem wieder ein Event-Ticket. Und Event-Ticket, ihr wisst ja, ich spiele ja auf dem Habanero jetzt Free-to-Play, ich werde mir das Ticket also nicht holen. Falls mir jemand das Ticket holt, werde ich das aber nutzen. Ein Event-Ticket kostet wieder 5 US-Dollar, ist von 14 bis 22 Uhr gültig am Raid-Day, man bekommt 50% mehr EP für die Raid-Kämpfe, doppelt so viel Staub für die Raid-Kämpfe, eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für Raid-Kämpfe und darin enthalten sind nochmal 8 zusätzliche Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen. Also insgesamt 14 an diesem Tag steht da, jetzt muss ich kurz mal zusammenrechnen. 8 plus, ja die haben plus 6 gerechnet, also hm, das verstehe ich. Oben gibt es 5 zusätzliche, hier gibt es 8 zusätzliche. 8 plus 5 ist 13. Und hier steht 14, weil sie den Tagespass noch haben. Das heißt laut dieser Aussage würde es nicht gehen, dass man den Vortagespass mitnimmt, um 2 freie zu haben plus 5 zusätzliche plus nochmal 8 zusätzliche. Sondern man kann nur den freien 5 zusätzliche und durch das Ticket nochmal 8 zusätzliche, also 14 an diesem Tag. Aber vielleicht klappt der Trick auch trotzdem, das weiß ich nicht, das müsst ihr mal ausprobieren. Je nachdem was vorher drin ist, hier Box im Webstore interessiert uns nicht, Box im Gameshop interessiert uns auch nicht. Also ich würde sagen, das Ticket an sich lohnt sich. Wer nämlich 8 Raid-Pässe normal kauft, einzeln kauft, der würde gefühlt 8 Euro bezahlen für 8 Raid-Pässe. Hier bezahlt ihr 5 Euro für 8 Raid-Pässe, was schon mal günstiger ist. Habt aber eben noch den doppelten Staub und die doppelten EP und die erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons. Das Ticket lohnt sich also. Wer da an dem Tag sowieso rumrennen und eine fette Raid-Tour machen möchte, könnte sich dieses Ticket also holen. Ich hole es mir nicht. Wenn es jemand von euch mir holt, muss ich es nutzen. Vielleicht einen Raid-Stream, vielleicht einen Raid-Video. Ich weiß nicht, wer da unterwegs ist. Vielleicht auch gar nichts. Weiß ich nicht. Pupsi wird ausrasten. Die wollten nämlich mal ins Thermalbad irgendwann demnächst. Wenn wir mal am Wochenende Zeit haben. Jetzt kommt dieser hässliche Raid-Day dazwischen. Aber egal. Vielleicht kann man das ja irgendwie verbinden. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Schreibt es mal rein. Habt ihr Bock auf Mega-Knack-Krack, dann schreibt es mal in die Kommentare. Die Mega-Knack-Wurst ist am Start. Joa, ich kann mich eigentlich nicht freuen, so dem the main weg ist. Aber ich spiele ja trotzdem. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Was sind eure Ziele? Schreibt es rein und ciao.